Ah, besser nicht zu viel töten, sonst töte ich gleich auszusehen den Stachel, der hier vielleicht irgendwo rumlungert. Obwohl ich meine, der ist erst im nächsten Abschnitt. Also meine ich mich so viel noch erinnern zu können, dass er erst entweder am Ende oder im nächsten Abschnitt erst ist. Und zwar so, dass ich hier nicht zurück kann, ne? Ja, hier kann ich nicht zurück. Aber ich töte euch mal. Immer vorsichtig. Weg mit dir. Da, nein! Ich Idiot. Schnell töten, rauslassen und nehmen. Ja, Stachel. Tü, 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 tü. Nee. Zack, angreifen. Ja, wohl. Äh, gut. Ich wusste doch, ich kann mich noch an einige Sachen gut erinnern. Ich hab's damals auch sehr oft durchgespielt. Ja, das war zu früh. Ja. Das war ja lame. Tü, 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 tü. So, gehen wir jetzt nochmal schnell rein und holen uns dieses Ding, weil ich glaub, die sind wichtig. Ähm, zack. Tü, 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 tü. Yay. So, in dem Level haben wir's auch. So, schmeißen wir das mal weg und holen uns das wieder. Aber ich glaub, das ist viel besser. Macht ne viel weit gefächerte Attacke. Na? Heule ist cool. Und die Musik ist vor allem geil. Zack. Und weg. Und hier hoch. Na? Wow, wow, wow. Jetzt wird man in die Explosion reingeflogen. Brauch ich nicht. Bin voll geheilt. Hier war ein Stern. Ah, hab ich schon eingesammelt. Und wieder Level geschafft. Und. Ja, ja, ja. Und Teilung. Okay, ich bin voll geheilt. So, und auf zum dritten Level. Äh, was mach ich denn da? Ah, ich kann auch schneller fliegen, merke ich gerade. Wenn ich den Sprungknopf drücke. Wow, Highspeed fliegen. Einfach alles überfliegen. Ach nein, nicht die Viecher. Weg, 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 weg. So. Und du auch weg. Nein, 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 nein. Ich will meine Fähigkeit haben. Ich will meinen Cutter behalten. Langsam, langsam. Uh, gut, trinken. Ist hier jetzt der Fisch schon? Einfach mal an ihn vorbei, schnell. So viel zu an ihm vorbei. Ey. Geh weg. Stirb. Eins und weg. Ist jetzt der Schirm drin oder ist Ricky hier nochmal drin? Was zum? Geh weg. Betrug. Stimmt, ab und zu sind einfach nur irgendwelche Gegner drin. Die dir sagen wollen, nö, nö, nö. Hier ist gar kein Freund von dir drin. Wir haben dich nur verarscht. Dö, 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 dö. Ah, da oben gibt's ein Leben. Also ein Stern. Und der macht mir dann ein Leben. So wie jetzt. Und, zack, weg. Und rein da. Was ist denn, kann ich auch einfach... Wow, wow, wow. Irgendwie hier hoch. What the fuck? Ey, du Penner hast mir meinen Freund geklaut. Ach, Mann, oh. Moment, holen wir jetzt mal Stacheln dafür. Jetzt sind wir Eagle Kirby. Obwohl ich nicht so gern Eagle Kirby wäre, wenn ich gleich einen Bosskampf mache. Und was zum... Warum hab ich so viel Energie verloren? Ich möchte gern etwas Energie wiederhaben. Und zwar so. Ja, gar noch geschafft. Okay, wer kommt hier als Boss? Ach, die Warzenschweine. Okay, das ist wirklich eine ziemlich unpraktische Fähigkeit für einen Boss. Toll. Ich kann ja damit nichts tun. Ne, bringt nichts. Machen wir es so. Ich muss nur aufpassen. Ich schieße einfach seine Kinder gegen ihn. Er braucht noch zwei, ich brauche noch einen Schlag. Kann ich die Bombe einsaugen? Nein, kann ich nicht. Schade. Ja, ja. Ich hab dein Kind gefressen. Also nicht gefressen, aber ich hab's im Mund. Besiegt. Und es war knapp. So, jetzt kommt die Wasserwelt, oder? Jo. Naja. Nehmen wir mal, dass das Wasser sein soll. Ripple Field. Ah, da ist unser schon unser Fisch. Hier sind es diesmal vier Level. Eins, zwei. Wieder nur drei. Oh, cool. Wenn es nur drei sind. Moment, kann ich im Wasser angreifen? Ja, ich kann nur Seifen blasen. Seifen blasen. Und die Gegner können wie immer im Wasser nicht überleben. Wollen wir uns das mal schirmen? Ja, 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 ja. Ihr könnt mir nichts. Ich bin geschützt. Okay, soviel dazu. Hier, jetzt hab ich drei Sachen gefressen. Oh, Stein. Ach, shit, Stein gab es hier. Äh, hallo? Ich will Stein haben. Och. Was muss das denn auch immer in die Richtung fliegen, in der ich gerade da gehe? So, weg damit. Ich will das nicht mehr. Obwohl, ich glaube, Schirme vielleicht auch ein bisschen praktischer. Oder das hier? Äh, nö, 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 nö. Noch nicht jetzt. Kann ich so was einsetzen überhaupt? Ja, kann ich. Yay. Wusste ich gar nicht mehr. Praktisch. Hm. Da ist ein Sternchen. Und da auf der anderen Seite ist auch ein Sternchen. Aber das hole ich mir jetzt nicht. Da habe ich jetzt keine Lust habe, nochmal hinzulaufen. So, Heilung. War hier irgendwie nicht noch eine Fischung wo noch? Und zack, und zack, frisst meine Boomerang. Oder mein Cutter. So, und wieder hoch und ins Ziel. Und ganz hoch, ganz hoch. Ganz, 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 ganz. Jawoll, ja. Sieben Leben. Und nur noch 2000 Punkte. Ich glaube, so ein Level schaffe ich noch in dem Video. Hm, war da hinten noch was? Toll. Nein, mein Cutter. Au. 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 Au, geil. Auf dem Weg nach unten habe ich direkt mit der Hälfte meines Lebens verloren. Ach. Moment, hier kriege ich Fisch. Oh, Strom. Okay, die kann ich nicht einsaugen. Das kann ich aber einsaugen, oder? Nein. So, eins, zwei, drei. Vier, zwei Schläge noch. Komm. Gib mir noch einen Stern. Gib mir noch einen Stern. Ich will Strom haben. Und Fischi. Geil, die Lampe. Aber ich glaube, das Level schaffe ich nicht mehr Ich mach hier einfach mal Pause, also Video kurz Pause Aufschnitt, äh Aufschnitt Wie komm ich auf Aufschnitt? Aufnahmepause Aufnahmeschnitt, so Äh, bis zum nächsten Mal dann, ciao